Ja moin moin und herzlich willkommen wieder bei Resident Evil 5 auf The Awesome's IP, genau, mit Alex und mit Dan. Juhu. Und das ganze könnt ihr auch noch auf Bad Poker Face Gaming sehen. So nebenbei. Ja, wenn ihr das sehen wollt. Wenn ihr euch das nochmal antun wollt. Ja, dann könnt ihr auch gerne zweimal gucken. Wow, Kräne. Nee, die tun nichts. Nette Tiere und so. Kränen sind meistens kein gutes Zeichen. Wow. Oh. What? 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 Ja, bei diesem LP hört ihr auch das Beste aus den 80er, 90er und von heute. Richtig. Wie man gerade feststellen konnte. Radio RTL. Ähm. It's a Dorf. Yes. Ganz viele Häuser, wo überall was drin ist wahrscheinlich. Und, äh, Kunst. Oh. 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 Da ist... What? Das sieht interessant aus. Oh, yes. So, ich würde sagen, wir gucken uns trotzdem erstmal durch die Häuser. Wollen wir zusammenbleiben oder ein bisschen uns verstreuen? Ah, verstreuen ist bei so viel nicht immer so angebracht. Das sieht voll eklig aus. Also hier oben, die... Oh, da ist ein Leiter. Ja. Das lacht mich an. Ich mach mal unten. Ja, da sind auch noch Sachen. Hier oben ist irgendwie nix. Aber das kann ich mir kaum vorstellen, dass hier nix ist. Irgendwie wären wir... Oh, hier unten sind zwei Pakete Rifle Ammo. Für dich. Rifle Ammo. Rifle. Yes. Oh, da leuchtet was. Au. What the... Oh, no. Da bin ich... Das war jetzt irgendwie so... So typisch reingefallen. Oh, da leuchtet was. Haha, Falle. Meine Gewehr Ammo ist voll. Wollen die mich verarschen? Ich mach euch alle kalt, ihr Motherfucker. Er ist tot. You are so dead. Oh, oh. Häuptling. Häuptling. Oh. Häuptling. Motherfucking Häuptling. Oh. Scheiße, ich bin leer geschossen. Scheiße. Ähm, das sind mehrere. Ja, mehrere Häuptlinge. Und ich bin hier gefangen. Und ich hab einen Revolver. Das ist not... Huuuhaa. Autsch. Huuu. Hast du das gehört, wie die schreien, wenn die getroffen werden? Ja. Das ist ein bisschen creepy. So. Ich bin frei. So, ich snipe a F. Und ich hab... ich hab einen Motherfucking Revolver. Make my day, Motherfucker. Oh, mein Gott. Oh, ich bin... Ich bin so leer. Ich bin so leer. Equip. Äh. Ähm. I can't help you. Kein Problem. Ich... Uah. Autsch, autsch, autsch. Ich sterbe. Warte, ich springe zu dir runter. Oh Gott, oh, oh, oh. Oh Gott. Oh Gott. Heil mich, äh. Danke. Oh, sorry. Uah. Wir sollten erst mal laufen. Low, low, weg. Oh Gott, ich bin in eine Sackgasse gelaufen. No, not good. So. Grenade. Hast du was zum Heilen? Ähm, nope. Ich auch nicht. Aber... I catch a grenade. Ey, weglaufen. Aber dahin seh ich ne... ne Pflanze. Oh. Oh Gott, die Musik ist schon mal weg, das ist gut. Ja. So, mal alles einsammeln hier. Oh, ich hab keinen Platz mehr. Ich werde jetzt erst mal ein Ei essen. Ess mal ein Ei. Mh, rohes Ei. So ein kleiner Zwischensnack. Oh, hier ist Maschinengewehr, Muni. Komm mal eben zu mir. Mein Lieber. Komm mal zu mir, komm mal zu mir. Ja. Hallo. Und... Oh, danke. Würde schön. So. So, hier ist was für dich, ne? Da drüben irgendwo. Das mal... Und hier ist bestimmt auch noch was... Ne, Brandgranate kann ich nicht mitnehmen. Da hab ich jetzt aber Platz für. Und ich hab... Ich hab jetzt noch einen Revolver. Hi. Ich hab einen M29. So, lass uns weiter gucken, was es hier noch so gibt. Hier ist noch Pistole. Oh, Moment. Ich glaub, wir sollten wirklich noch ein bisschen zusammenbleiben hier. So, ich... Ich komme ja schon wieder zurück. Das ist echt ne Sackgasse? Ja, hier ist irgendwie nicht so wirklich was. Ja, das ist noch eine Leiter, oder? Ah. Aber lass trotzdem erstmal runterhüpfen und nochmal gucken, was da unten alles noch so zum Mitnehmen ist. Ja, ich glaub, weil hier geht's richtig weiter. Eben. Das sieht so aus, als müsste da einer kurbeln und der andere müsste durch. Wahrscheinlich. Das hier sieht auch so nach... Arena aus. Wo bist du? Hier oben in dem Heust. Ja, ich komme zu dir. Ah, da war auch noch eine Leiter drin, ne? Ja. Und hier unten ist, glaub ich, auch noch... Ja. Herbs. Jede Menge Herbs. Nimm du auch mal mit. Hier ist noch ein Crout. Boah, jede Menge Handgun ammo. And Gold. Gold. Ja. Wilde. Gold amount small. Jump down. Na, da oben ist nichts mehr. Achso. Alles klar. Boah, ich bin doof. Naja, egal. Lassen wir die Leiter, oder? Ach, hast du die umgekickt, oder wat? Hm, ich mach das immer wieder. Muhaha, ich habe sechs Schuss für meinen... Ich hab einen Revolver, alter. Alter. Das ist ein Magnum. Ich hab einen... Ich hab einen Dirty Harry. So cool. Fuck. Was? Fuck. Fuck klingt nicht gut. Ne, hier bin ich auf so ein Loch getreten. Also in... Achso. Magnum Munition ist hier. Meine! Ah, scheiße, die Meta ist voll. Ähm... Da ist auch Gold. Boah, was mach ich denn? Ich glaub, ich lad mal eben kurz... hier durch. Dann kann ich nämlich da die Munition mitnehmen. Sehr schön. Das ist nicht die Idee. So, ich rüste mal was anders aus. Das macht ja jetzt nicht wirklich Sinn. Und mal nachladen. So. Ich seh voll krass aus. Machete, RPG und, äh... Revolver. Voll übel. Dirty Harry zieht ja den Krieg. Ja, mit Shever. Richtig. So. Die ist so bunt. Kann man kaum übersehen. Ja, du bist halt der, der Farbklecks um diesen... So, ich dreh mal, ne? Drehe. Oh, wieder mit drei Tasten hier. Oh, wie doof ist das? Ne, warte. So. It won't open, stop from the other side. Okay, ich glaub, ich muss dann unten durch, oder? Ich weiß es nicht. Ich befürchte es fast. Ich werde mal runterhüpfen. Bleibt die Tür... Ach, das ist eine Hängebrücke? Das ist... Das ist eine Zugbrücke. Mhm. Okay. Bleibt die so? Wenn du weggehst? Lass mal los. Wenn ich loslasse? Nein. Okay. Sie stirbt sofort ein. Ups. So. Das ist echt doof mit Tastatur. Ich glaub, äh, so, so, so... Alles, was mit Kurbeln zu tun hat, werde ich wohl besser tun, dann... Ich muss F halten und dann immer zwischen A und D hin und her. Okay. Zusätzlich. Jetzt kannst du, glaub ich, loslassen erst mal. Oh, was war denn hier? Alles nicht. Und... Das auch nichts. Und jetzt? Moment, ich glaub, ich kann dir dann von hier oben die Tür aufmachen. Hm, ich hoff's. So, Madame, kommen Sie durch. Merci beaucoup. Und ein Pflänzle. Hier. Aber ich kann's nicht nehmen. Ich glaub, ich gerade auch nicht... Oh, Goldfiel. Goldfiel? Ja. Goldfiel. Dokument lesen. Tagebuch eines Jugendlichen. Bla, 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 bla. Du hast auch ein Ei. Oh, das sind sehr viele Seiten. Du könntest, du könntest das braune Ei mal essen. Wo ist denn das? So, das, was ich... Mh, das hat gut geschmeckt. Mh, groß Zombie-Ei. Yummy, yummy. So, weil dann kannst du nämlich dein, dein... Bei dir wieder Rot und Grün kombinieren. Warte mal kurz. Autsch. This is for you. One for you. One for me. Ach, kram mir wieder in der Jukebox. Natürlich. So. Machine Gun Ammo. Das ist das Tagebuch eines Jugendlichen. Das ist so interessant. Wer dies schon... Shotgun Shells. Ich habe hier noch Shotgun Shells für dich, meine Damen. Ich hab nur... Moment, 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 Moment. Golde. Golde. So, ich komme zurück. One for you. One for me. Ach ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Let's go, brother. Was mich wundert, es ist sehr ruhig. So, und ich schätze, hier drüben geht es weiter, also würde ich erstmal hier lang gehen. Wegen Secret und so. Ach so. Ja, Moment, ich komme zurück gehüpft. Ja, hier ist nämlich eine Box. Eine Box. Oh, da ist etwas drin, eine Maske. Eine Zeremonienmaske in Gold. Die hätte ich jetzt gerne als Kopfschutz aufgezogen. Ja. Das wäre bestimmt cool aus. Zu den Waffen dazu noch so, ne? Passen. Genau. Voll stylisch. Das wäre jetzt noch verschiedene Skins für... Oh, Revlamo. Und Handgun-Emmo stecke ich mal ein. Ein primitiver Aufzug. Cool. Nein, eine Seilbahn auch noch. Oh, wie cool. Komm, zum Skifahren. Yes. In Afrika. Im Sumpf. Hey. Ja, Sumpf-Sumpf-Ski. S-Sumpf-Ski. Und wir haben doch noch ein B. Ja, beide. Offen. Yes. You can use a Chris Redfield-View-File in the Library. Cool. So, machen wir erstmal einen Cut, würde ich sagen. Ja, auch wenn es eine kurze Folge ist dann. Aber kein Problem. Ja. Wir bedanken uns trotzdem fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Oh, tschüss. Tschüss. Tschüss.